Mein Name ist Alina Kuznetsov, komme aus Geritzried und mache eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflege in Bad Tölz. Karriere bedeutet für mich, wenn ich die Ausbildung gemacht habe, nicht aufhöre, auf eine Station gehe und dort arbeite, sondern einfach mich weiterbilden und egal in welches Land, in welche Stadt ich irgendwann ziehen möchte, ich werde immer Arbeit finden. Ich mag es sehr, weil ich einfach den Erfolg der Patienten sehe, weil ich die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Arbeitsgruppen mag. Das Team mit den Ärzten, Therapeuten und wir Pfleger ist wie eine Familie, kann man sagen. Also aus Klepes hat auch Angebote gemacht, die sehen drittes Lehrjahr, schauen junger Mensch, die schicken dich nicht gleich in die Geriatrie, sondern empfehlen dir Weiterbildungen hier im Haus zu machen auf Intensivstation, wo du dann zwei Jahre erstmal hier arbeitest und dann nach zwei Jahren Berufserfahrung die Intensivpflege dazu machst. Ich mag den Schichtdienst, mir gefällt es einfach, dass ich einfach in der Früh mal um sechs anfangen kann. Dafür habe ich um 14 Uhr schon Feierabend. Ich mag es, Menschen zu helfen, ich gehe in die Arbeit, ich weiß nicht, was mich erwartet. Sind dieselben Patienten da? Sind neue Patienten gekommen? Was hat der Patient? Wo kann ich ihnen helfen? Und ich sehe den Patienten, wie er einfach besser wird, wie seine Gesundheit steigt. Für mich ist es wichtig, dass es Asklepes nicht nur hier in Tölz gibt, sondern in Hamburg gibt es und ich bin auch bereit, meinen Wohnort zu wechseln und einfach, wenn ich eine neue Stadt sehen möchte, Asklepes gefällt mir, dann wechsle ich die Stadt und bin trotzdem bei Asklepes und so habe ich zwei in eins.